Meine lieben Freunde, den ganzen Tag reise ich mit meinem Fahrrad, mit meinen Freunden schon um den Neuslersee. Ich habe schon sehr viel erlebt heute. Die kulinarische Köstlichkeit dieser Region, die meinen Gaumen fasziniert haben. Auch eine sehr unformierte Boot, wo ich schon gewisse Vorderseite von mir und meinen Freunden betrachtet konnte, meine lieben Freunde. Aber ihr müsst, ihr sitzt gerade im Büro und arbeitet, macht euch nichts draus. Ich lebe für euch das Leben. Seht einfach meine Fotos und mein Leben an, meine Freunde. Es ist wunderschön.